Soziologie in Marburg, das soll heißen, eine Wissenschaft in einer bunten, lebendigen Universitätsstadt. Ein Studium der sozialen Tatbestände mit direkter Interaktion zwischen Studierenden, Professoren, Professorinnen und Lehrenden. Platz zum Versammeln und Assoziieren. Eine Fachschaft, die aktiv in die Ereigniswelt eingreift. Genuss von Umwelt, Mit- und Vorwelt. Eine Soziologie mit Körper und Leib, mit Raum zum Entfalten. Soziologie in Marburg, die Lehre vom zweiten Blick.